Waldemar III. war 1326 bis 1330 König von Dänemark. In den Jahren 1325 bis 1326 und 1330 bis 1364 war er als Waldemar V. Herzog von Schleswig. Waldemar III. war Sohn von Herzog Erich II. von Schleswig und Adelheid von Holstein. Er war verheiratet mit Rixa von Schwerin, Tochter des Grafen Gunzellin von Schwerin und Tecklenburg. Sie hatten folgende Kinder. Waldemar, Erbprinz von Schleswig. Heinrich, Herzog von Schleswig. Waldemar wurde 1326 im Alter von elf Jahren von seinem Onkel und Vormund Gerhard der Große anstelle von Christoph II. zum dänischen König erhoben. Damit war Gerhard praktisch der Regent von Dänemark. Dafür ließ er sich von dem minderjährigen König Waldemar mit dem Herzogtum Schleswig belehnen. Bereits 1330 legte Waldemar die Dänenkrone nieder, da er sie gegen seine Gegner, die Söhne Christophs II, nicht verteidigen konnte. Christophs II. Jüngster Sohn Waldemar IV. Atadag folgte dem Vater auf den Thron nach der Ermordung Gerhards im Jahre 1340 nach. Trivia. König Waldemar III. darf nicht mit Waldemar von Schleswig verwechselt werden, der manchmal auch Waldemar III. genannt wird, weil die lateinische Inschrift auf dessen Grabstein lautet. Waldemarus tertius rex danie, philius valdemari secundi. Auch darf der König nicht mit Waldemar III. Herzog von Schleswig verwechselt werden. Himmarschlag Walter